Moin! Moin, mein Name ist Helga und ich bin hier die Hoteldirektorin. Ja, ich bin Dani, Mitinhaberin der zweiten Heimat. Moin, ich bin Olo, ich bin einer der Mitbegründer des Hauses. Also auf Dauer ist es ja ein bisschen langweilig, wenn man immer nur Broschüren druckt oder Internetseiten mit Bildern vollmacht, damit die Leute besser verstehen, wie toll das hier eigentlich ist und was die zweite Heimat und St. Peter-Ording so alles zu bieten hat. Da haben wir uns gedacht, wir drehen ein paar Filme, in denen wir euch zeigen, was ihr hier in St. Peter-Ording alles unternehmen könnt. Ja, wir nehmen euch dann einfach mit auf die Reise, machen ein paar Ausflüge und dann guckt ihr mal, ob vielleicht bei euch auch was dabei ist. Und im Grunde ist ja hier seit Gegen-Event auch nichts mehr Geiles gemacht worden in St. Peter. St. Peter-Ording, die größte Sandkiste Deutschlands. Obwohl der Ort nur ungefähr 4000 Einwohner hat, ist er mit fast 2,5 Millionen Übernachtungen im Jahr das stärkste Seebad Schleswig-Holsteins, noch vor Westerland. Eiderstedt ist eine Halbinsel und St. Peter-Ording bildet mit seinem 12 Kilometer langen Sandstrand den Abschluss zum Meer. Deswegen hat es auch fast das gleiche Klima wie die Inseln drumherum. Mit viel Sonnenschein. Also so ein Ausflug zum Westerhilver-Leuchtturm ist ja eigentlich Pflichtprogramm, wenn man in St. Peter-Ording ist. Unbedingt, auf jeden Fall. Wisst ihr, wie lange das dahin dauert mit dem Fahrrad? Also mit dem Fahrrad glaube ich so anderthalb Stunden. Ja, also ich würde glaube ich eher zu Fuß gehen. Mal gucken, wie weit man da kommt. Ja, dann lass uns das doch mal ausprobieren. Ich würde mich bereit erklären, mit dem Auto zu fahren. Ich radel darüber. Oder? Ja, dann mal los. Dann mal los. Ich habe die sportliche Herausforderung angenommen und bin dann mal losgeradelt. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich eine ganz tolle Strecke. Durch Schafsherden, Wiesen, Felder, am Deich entlang. Man hat immer einen tollen Blick. Manchmal musste ich ganz schön strampeln, weil der Wind nicht zu unterschätzen ist. Wenn man dann zum Ende hin über den Deich guckt, dann kann man den Westerhilver-Leuchtturm schon sehen und kann auf sein Ziel hinausfahren. Und das ist wirklich toll. Ja, ich habe das Auto genommen. Wir haben jetzt kein echtes Wettrennen gemacht, aber wir wollten ja schon auch mal wissen, wie lange das tatsächlich dauert. Und dann habe ich Helga natürlich diesen Vorsprung gelassen und bin dann hier vom Hof. Dann ist es eigentlich relativ einfach. Also die Strecke ist jetzt nicht kompliziert. Vorne, links, ab und dann immer geradeaus. Das sind so knappe Viertelstunde, zehn Minuten vielleicht im Auto und dann bist du da. Und dann kommt natürlich am Ende die böse Überraschung, wenn du eingeparkt hast und denkst, du hast es geschafft, guckst über den Deich. Und dann stehen da nicht nur Schafe, sondern auch noch dieser Leuchtturm ungefähr zwei Kilometer weit entfernt. Ja, da hätte Helga mich dann fast wieder eingeholt. Aber das ist gerade noch gut gegangen. Also ich habe es kurz vor ihr bis zur Bank geschafft und konnte den Sieg nachher für mich in Anspruch nehmen. Olo war dann leider schon da. Ich war nicht schnell genug, aber das war ja zu erwarten. Er war ja mit dem Auto unterwegs und da habe ich das Rennen mit dem Fahrrad nicht ganz geschafft. Ja, also wir sind hier vom Haus erstmal auf den Deich gegangen und dann ein Stück auf den Deich entlang bis zur kleinen Brücke. Dann in den Sand über die Dünen und dann waren wir auf einmal in der riesen Sandkiste am Strand und fernab von Autos, Verkehr und sonstigen. Und es war einfach nur schön und weiß und weit und die Kinder konnten spielen. Dann sind wir losspaziert und haben den Leuchtturm immer, der ist uns immer näher gekommen, aber so richtig ran sind wir dann doch nicht gekommen, weil da auch noch ein bisschen Wasser dazwischen ist. Aber man kann einfach gehen, man hat irgendwie ein Ziel vor den Augen und wenn man keine Lust mehr hat, dann dreht man einfach wieder um. So Heger, am Ende eines langen Drehtages machen wir ein Bierverdiener nicht. Was für eine gute Idee, hervorragend. Aber hierüber müssen wir doch auch noch ein bisschen erzählen, oder? Über die Hausbar meinst du? Unbedingt. Also unsere Hausbar ist ja die Versorgung der Etagen für alle Leute, die schnell nochmal was brauchen und sich hier auch selber Bier zapfen oder eine Flasche Wein holen oder ein bisschen was zu essen oder morgens einen Kaffee und alles mögliche. Frei zugänglich hier direkt am Fahrstuhl und vom Zimmer ist ein Katzensprung. Zwei Schritte, bist du da? Wunderbar. Ja, dann. Prost. 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 Falls jemand nicht auf Pilz steht, hat Carsten noch einen Biertipp für euch. Und nun zum Schluss von mir noch der Kraftbiertipp aus unserer Bierkarte. Heute empfehle ich das Meisels & Friends Pale Ale. Dieses Bier hat leichte Citrusaromen und einen schönen Hopfengeschmack. Lassen Sie es schmecken. Prost. Aber ein bisschen was vom Haus wollen wir auch zeigen, ne? Ja, aber nicht so werbemäßig. Nein, nicht werbemäßig. Nein, das muss ganz subtil rüberkommen in unseren Filmen. Zimmer advent paysen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020